Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Rocket Leech zusammen mit Tiag und Gary. Das heißt wir spielen wieder 3 gegen 3 auf Standard Ranked und hoffen mal dass es genauso gut läuft wie beim letzten Mal. Der Anfang war jetzt weder schlecht noch wirklich gut. Aber ich habe ihn auch gerettet dafür, dass ich ihn davor verkackt habe. Nein! Kommt wieder. Schöne Tor-Karte. Ja, Gary diesmal. Komm schon. Ja, nein. Scheiße. Jo, ich glaube das war das Bootdruck war ne Parade. Respekt. Ja, das war sogar ne Wolli-Parade. Aha. Gibt's ja leider nicht. Ja, aber er hat Wolli-Punkte und Parade-Punkte. Ups. Willst du mal vor mit dem Ding ey. Komm. Ja, ich kann es nicht mehr nachsetzen. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Mann. Oh Gott. Ah, komm. Nein! Nein! Wollte Doppelsprung machen, keine Rolle nach vorne! Oh, meine Scheiße! Oh nein! Oh, mein ist das mies! Oh, mein ist das mies! Ich fahr! Gut! Was ist das? Der geil wohlt! Wow! Ach, ein Depot! Ich blibbe es. Nein. Nein. Guck, Zabi. Hab dich nicht gesehen. Oh nein. Jetzt hatte ich schon zwei solche knappen Dinger. Und der legt natürlich noch mal nach oben, dass ich durchfliege. Und du hast schon Retter? Gerry, Alter, was was mit dir? Torschuss und wieder abgeklappt. Sonst hätte es ja 0 zu 3 stehen oder so. Oh nein. Okay. Oh Mann. Ich fahr. Ich fahr. Okay. Wir fahren beide. Ja, im Zweifelsfall beide fahren ist besser, als dass keiner fährt. Los jetzt. Entferdeck oder? Oh. Oh my god. Me, oder? Nee, 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 nee. Nee. Das wär's jetzt gewesen. Ich hab dich bisher geschoben. Ja, ja, pass schon. Ja, mich hat er auch noch mitgenommen. Nee, ich hab ihn gar nicht gut gemacht. Doch, mich hast du auch vorne noch an mich. Oh, 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 oh. Oh, nee. Dafür gab's den Glauben. Ja, ich hab ihn. Glanzparade. Ich hab ihn. Ja, jetzt sollten wir da mal ein Tor geschießen. Ja, 10 Sekunden vorher. Ist schon zu spät, glaub ich. Ah, nee, 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 nee. Ich glaub, wir sollten jetzt ein Tor geschießen. Ja, okay. Guter Schuss. Ich glaub, wir sind schon für etwa jetzt da hin. Nein, oder? Yes! Komm, ein Erster Tor. Der war auch echt schön. Das war auch richtig nice, ja. Was geht mit dem ab? Okay, schade. Noch so'n Ding. Wer hätte das Spiel richtig schön gedreht? Naja, er hat das Spiel verloren. Mal gucken, was die anderen beiden bringen. Zwei Siege noch, würde ich sagen. Dann gehen wir mit der Folge trotzdem mal Sieg raus. Ja, das ist jetzt natürlich Wunschdenken hier. Zwei Siege. Oh, leichte Legs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht der hinter mich. Und vor. Oh, der war schön gestoppt. Da macht er ihn selbst rein. Oh, sorry. Oh, sorry. Also Teamwork. War ja fast. Ja, zumindest ist es in die richtige Richtung. Sehr schön. Aber die treffen ihre Flugwelle auch immer recht sicher. Aha. Ich weiß gar nicht, wer ist das? C.A. Einfach ein Experte. Erwartet man das dann auch? Hm. Ah, schöne Kombi. Du legst mich hoch, ich hau raus. Hat aber leider nicht geklappt. Nee. Oh. Nope. Das war mal zu krärlich. Ah. Nein. Hä? Ja, hätte ich auch. Hätte ich springen können, wie ich will. Das wäre nichts. Wie du ihn abblockst, dann würde er ihn wieder so ganz leicht reinschieben. Mhm. Okay, ich war. Gut. Den rein. Okay, da ist der... Ich hab... Oh, sorry. Ah, geil. Gibt's doch gar nicht hier. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. So gut. Bin schon in die Luft gesprungen. Gerade? Für den Scheiß? Oh nein. Ah, nee. Ja, nee. Nicht gut drauf. Warum springt der so behindert von der Wand weg? Jetzt! Los! Oh, ich bin zu weit hinten, aber das ist sehr gut. Schaffen wir noch? Oh fuck, ich hab vergessen, wo lang hier ist, sagt er. Ich fahr. Oh, los. Oh, komm bitte. Nein! Oh Mann, jedes Mal ist da irgendeiner dazwischen noch. Oh, der kommt nicht. Oh Gott. Oh nein, scheiße, ich erwisch ihn nicht. Ich erwisch ihn einfach nicht. Oh, der andere Zuglück auch nicht. Oh nein, der war zwei. Oh toll, ich dachte, er hat ihn erwischt. Ich bin ganz knapp dann vorbeigesegelt. Ja, der geht nahe. Nein. Nein. Ich bin ganz knapp. Ja, ich bin ganz knapp. Oh, der war sogar noch dran. Ach, sorry. Batsche, hauptsache nicht hier rein. Ich hab keinen Bock auf Verlängerung. Oh nein. Ja, aber dann fahr ich aus dem Tor raus, okay? Oh nein. Oh nein. Oh nein, der kommt nicht gut. Zauber. Oh. Ich. War ein bisschen spät. Ich war da nicht schon. Jetzt aber. Jo. Kannst du doch jetzt warten. Ja. Oh, war das sehr gut. War doch nicht getroffen. Erstmal gegen den Mann. Aber. Hauptsache drin, das war alles Ablenkung. Oho. Es ist so ungerecht ins Ecke schoben. So. Jetzt haben wir jetzt diesmal 1-1. Siegniederlage. Und dann würde ich sagen Entscheidungsrunde. Oh, das sind ja schon wieder hier die Highspeed-Schreiner. Ach, das ist wieder PSI. Okay, die können nichts dafür. Ah, die sind aber auch. Spielen alle 3 zusammen. Wer weißt du denn? Ups. Da ist auch das Freunde-Symbol daneben. Genau. Ah, okay. Dieses grüne Männchen heißt, dass die in der Gruppe sind. Komma. Und vor geht er. Ja, das war nix. Ja, das war nix. Tamaa. Ich wollte euch in die Mitte legen. Ich kann ja nicht ahn, dass ich da nicht stehe. Los. Alles. Ich bin hinten. Boah, zum Glück. Ja, der kommt. Ich hab kein Nitro, das wird jetzt lustig. Ah, okay. Dafür gab's schon. Das ist ja. Ich blieb hier schon wieder wie ein Flumi, weil es ist die Gegend. Oh, fuck. Ich stehe hinter dir gerne. Ich schau, dass ich ihn erwisch. Ja. Sauber. Nein. Nee, geh daneben. Ich prüge mich hier gerade. Oh, sorry. Alle 2. Alle 3. Ich hab ihn. Ja, wir sind alle geschwungen. Das wäre ein sicherer Block geworden, ne? Ich mach Vorlage. Oh Gott. Oh nein. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Ja, komm. Ich hätte dir auch gesagt. Ja, hättest du. Aber ich hab gesagt, ich versuch nochmal. Also versuch ich nochmal. Auch wenn ich hast die Gewinne. Ich muss ja hier auch mal beweisen, dass ich Flugtore schießen kann, ne? Ich glaub mir das meine Abos nie, Fadu. Fährst du? Nein, scheiße. Ich hab doch gesagt, Fadu. Sorry, hab ich nicht gehört. Aber raus geht er. Oh, da kommt keiner. Und, geh nein. Ach komm. Sorry. Jedes Mal. Und ich hab ihn. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Ist ja gar nicht. Überhaupt kein Dacke oder so. Ne, alles Gill. Fadu. Oh, fuck. Ich hab beide verpasst. Ohne Scheiß. Das ist das safe. Wie einfach beide daneben springen. Das ist die Hölle. Wie sind einfach alle beide daneben fahren. Das ging mal. Ich hab gesehen, dass niemand zu fährt. Und dann dachte ich. Joa, gut. Treff ihn schön an der Seite aus. So. Ich hab den Gegner weggemacht, der ein Tor schießen wollte. Ja, wie halt aber der auch daneben gefahren ist. Boah. Rüber gesprungen. Auf der Seite. Passt. Der geht vor. Aber nicht rein. Ah, der Nachschuss. Ja, wenn der nicht im Weg wäre, ne? Ah, nein. Nein. Daneben. Joa, nee. Jetzt bestört mich erst mal. So, weg mit ihm. Kommt hoch. Machst du. Äh. Hat Glück getroffen. Wieder mit der Unterseite. Ja, war zack. Tschüss. Joa. Der kommt nochmal nachsetzen. Und, verbim. Guck mal da vergisst du wieder Vorlage. Ja, natürlich. Die haben die ja auch schön zurückgelegt. Geh. Guck mal. Die haben die ja auch schön zurückgelegt. Guck mal, da vergisst du wieder Vorlage. Nein! Toll, schießt der natürlich nicht. Wo ich mich so schön in die Flugbahn geraten hab. Nein! Autsch! Okay, lass mich nicht. Okay, lass mich nicht. Jo, ich bin hinten. Ob wenn der jetzt beschissen konnte. Hauptsächlich hab ich jetzt X gekriegt. Ach du Scheiße. Bist du, du kannst ihn nicht nur noch verfehlen. Ja, ich kann sowas auch noch verfehlen. Und der kommt. Aber er kommt. Ups, sorry. Ich hab dir nach vorne geguckt. Oh! Ja, ne. Ah, Sejo-Glocken. Wir müssen den jetzt nicht noch Erntor geben. Oh, ich erleicht das die denn bitte. Und du auch. Wow. Aber sie schaffen es trotzdem nicht. Nein, da war ich davor und ich hätte geblockt. Guck mal, guck mal eben nach links. Ja, ja, aber ich wäre schneller gewesen. Weil ich hab schon den Sprung aktiviert. Ja, neulich wird sagen, wir haben die erste Niederlage dann doch noch zu einem Gesamtsieg getreten. 2 zu 1. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin. Servus und Ciao. Ciao.